was da den standort des bio gefahrgut behälters finden ich konnte sonst nur ein mute nehmen ja den mag ich nicht ich mag den ich mag den mit dem schild nicht so gern ich geh auch hoch ich werde diese wieder ich muss mal kurz an die tür hier muss man kurz an die tür ich glaube ich habe die gefahrgut behälter so ja wir haben schon wieder die haben wir so ein ding dabei gefunden weiter zu seiner position giftgas man's woher vorsicht vorsicht warte ja komm wo denn ok 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 op ok 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 gehen wir hoch mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert sichern des behälters einstellen ok warte sind gleich bereit zum durchbruch ach du scheiß wir sind zu zweit wir sind zu zweit nur verdammt heile mich schnell nämlich heilen ich lebe noch ich glaube er ist unten bin ich schon scheiße feindliche aktivitäten mit sicherung des behälters fortfahren sobald die bedrohung neutralisiert ist zehn sekunden fünf sekunden perfekt weg ja ok entschuldigung nehme ich den da äh einer einer ist raus einer ist raus äh äh toll sind wir nur zu viert den bio gefahrgut behälter lokalisieren war doch klar warum sollten wir sowas kriegen ne das ist doch ist doch zu fair über uns einsatz für zehn sekunden gut gemacht bio gefahrgut behälter lokalisiert noch fünf sekunden weiter zu seiner position ich bin wo hier welche waren wo hier welche waren wo hier welche waren ich kann mir zu weit ich bin in in es ein in wo ich kann mich ja ja natürlich ja natürlich warum nicht ok jetzt kommst du durch wir kommen upstream ein riesiges verdammtes Loch kommt sofort nein von rechts erschossen ich habe eine erwischt noch aber leider ja da hat mich der eine erwischt einer mit schrotplinte perfekt 15 sekunden übrig 10 sekunden übrig einer vom eigenen trug verbleibt noch fünf sekunden Aaaaaaah! Äh, du... Aaaaaaah... Wir hätten jetzt echt noch gewinnen können, ey. So ne ärgerliche Scheiße. Aber wir können ihn auch nie mitspielen lassen. Aaaaaaah... Du... Na, Teil, die kosten mich ja tausend, die Scheißkerle. Was soll ich eher freischalten? Setscher oder Sledge? Oder doch einen anderen? Hm... Torschlaghammer ist auch nicht schlecht. EMP-Granat hat der andere. Hm... Ich... kaufe immer als letzter. Der kostet mich zwar tausend, aber egal. Zwei Scheitern bestätigen. Zwei Scheitern. Kennt die Videos geil aus? Ja, richtig geil. Ja, der werde ich sein. Was kriegst du dafür? Ja... 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 Wieso kostet der Season Pass eigentlich? 40 Euro? 40 Euro? Oh, ne. Das kann ich mir nicht mehr leisten, ey. Ja... Das ist ein Witz. Äh... Äh... Okay, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ich t현... Ja, ich tsch...